Wir sind hier in Obertauern angelangt jetzt, über Salzburg geflogen. Jetzt gucken wir uns gleich mal ein bisschen hier um. Wie ihr seht, schönes Bergpanorama im Hintergrund. Warum sind wir hier? Wegen Cocoon in the Mountains natürlich. Am 26. März wird es stattfinden, hier im wunderschönen Obertauern. Wir werden uns gleich ein bisschen in der Stadt noch umgucken. Wir werden mal ein paar Impressionen einfangen, ein paar Leute mal fragen, was die so davon halten. 26. März, gerade eben schon erwähnt, Sven Veth wird da sein, Tobi Neumer wird da sein, Peter Kruder wird da sein, Sascha Deif wird da sein und ihr hoffentlich auch. Jetzt geht's los. Jetzt befinden wir uns auch schon am Ort des Geschehens. Im Hintergrund seht ihr diese große Parkfläche. Klar sind jetzt momentan Autos drauf. Da wird allerdings unser Zelt stehen. Unser beheiztes Zelt wird ein Viermaster werden. Kapazität so um die 3000 Leute wird es in etwa sein. Bedeutet natürlich für euch auch schnell den Vorverkauf nutzen, denn wenn wir ausverkauft sind, sind wir ausverkauft. Ja, schönes Bergpanorama auch im Hintergrund. Man sieht auch, hier sind eine Menge Hotels auch, teilweise auch Jugenderbergen. Was gibt's noch zu erwähnen? Natürlich ist ja auch eine Parkfläche da, wenn ihr mit dem Auto kommen sollt. Wir haben allerdings auch jede Menge Bus-Shuttle, die von der Innenstadt, wenn man es so nennen darf, rüberfahren. Ist alles relativ komfortabel für euch gemacht. Und ja, wir gehen jetzt wahrscheinlich erstmal kurz Mittagessen. So, jetzt geht's auf auf den Berg. Was sagt man so auf Österreichisch so? Auf den Berg? Auf wie, obi? Was? Auf wie auf den Berg? Skiheil. Ihr habt's gehört. Der Sven hat für euch schon mal ein spezielles Set extra für ihr vorbereitet und es läuft auf allen Skihütten, wie ihr hört. Also lasst uns gemeinsam auf die Pferde steigen. Auf die Pferde steigen. Denn jetzt reiten wir zusammen. Ja, das große Pferd. Sieht einfach umgekehrt. Kuckuck in den Mauten! Wir Oberdauern gefallen uns alle, wenn Sven Veth und seine Jungs am 26. März 2011 elektronische Tanzmusik spielt. Kuckuck in den Mauten! So, liebe Freunde. Der Tag geht langsam zu Ende hier in Oberdauern. Ich hoffe, es hat euch einiges und Informationen gebracht. Nähere Informationen könnt ihr natürlich bei www.cuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Ich liebe Austria.